Hallo und herzlich willkommen zum Infovideo für die zweite Staffel des LRTs, des Lion Rap Tournaments. Lange ist es her, die erste Staffel ist jetzt gut drei Monate her und viele Leute, als auch ich selber, haben Bock auf die zweite Staffel und ich dachte mir, okay, ich warte jetzt nochmal ein paar Monate ab, bis all die tausend anderen Qualifikationsfristen durch sind von anderen Turnieren und starte jetzt gemütlich dann, wenn, zumindest bei mir, der Lockdown wieder ein bisschen besser wird, um einfach einen coolen Startzeitpunkt zu haben. Im Vorhinein würde ich gerne schon mal Fanno für das Logo und für die Thumbnails danken. Du greifst mir damit auch echt unter die Arme und ich bin dir sehr, sehr dankbar für das, was du machst. Ich finde Thumbnails und Logo auch ziemlich nice, muss ich sagen. Danke auch nochmal an Chaotic, der mit mir eine kleine Kollaboration zwischen dem CLT und dem LRT geplant hatte. Dazu später mehr. Und weil ich versuche, das Turnier möglichst community-nah zu halten, habe ich diesmal wichtige Dinge auf meinem Discord besprochen und über vieles abstimmen lassen. Ihr könnt gerne auf den Discord joinen. Fast alles, was auf YouTube kommt, kommt früher auf Discord. Also kommt auf jeden Fall auf den Link in meiner Beschreibung und tretet dem Discord bei. Okay, dann kommen wir jetzt zu den allgemeinen Informationen, die das Turnier betreffen. Also zuerst einmal, ich hätte gern fürs Turnier eine gerade Teilnehmeranzahl. Das heißt, 32 Teilnehmer, 64, eventuell auch 128, je nachdem. Auf jeden Fall eine Zahl, die einen gratis 64, einen gerade 32, einen gerade 16 gewährleistet. Bei einer ganz schwierigen Anzahl an Teilnehmern lasse ich mich eventuell auch vor eine Vorrunde überreden. Das müssen aber dann so, keine Ahnung, 100 Leute sein. Wenn ich jetzt nicht 40 Leute rauswerfen möchte, kann ich da auch eine Vorrunde veranstalten. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass das der Fall sein wird. Und eigentlich wie letzte Staffel auch, was halt nicht ganz so geklappt hat, aber diesmal werde ich da auf jeden Fall strikter und sorgfältiger vorgehen. Es sind keine Doppelteilnahmen erlaubt. Und gepitchte Qualis werden abgelehnt, das sei denn, man kann genau raushören, wer sich dahinter verbirgt. Ob das der Fall ist, entscheide ich selbst, also geht das Risiko besser nicht ein. Auch diese Staffel erlaube ich wieder Teams und erhöhe die Anzahl an Rappern auf insgesamt 4 Leute. Ich finde 4 ist nochmal eine coolere Zahl, damit lassen sich 2 Parts sauber ausfüllen. Und ja, wie gesagt, mehr ist halt auch nicht drin, weil irgendwann wird es zu schwer zu bewerten oder zu anstrengend, um ehrlich zu sein. Und ja, ich finde 4 ist eine gute Zahl dafür, kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Die Frist wird in jeder Phase ungefähr 3 Wochen sein. Manchmal mehr, manchmal weniger. Also ich denke mal, dass jetzt in den ersten Phasen 2,5 Wochen bis 3 Wochen in Ordnung sind. Und wenn wir dann zu den finalen Phasen kommen, 3 bis 4 Wochen auf jeden Fall Frist gegeben werden. Ich finde, dass zu kurze Fristen zu stressig werden können und zu lange Fristen können sehr schnell demotivierend sein. Deshalb denke ich mir, 3 Wochen um und bei sind perfekt. Rückrunden wird es erstmal ab dem Viertel geben. Sollte aber die Nachfrage wirklich extrem hoch sein, überlege ich eventuell auf ein Achtel zu erhöhen. Es bleibt aber erstmal auf dem Viertel und wir werden es später sehen. Ihr dürft auch wie letzte Staffel gerne recycelte Qualis einreichen, aber dafür gibt es diesmal minimale Abzüge bei der Topfung. Das heißt, wenn inzwischen zwei Töpfen steht, werdet ihr bei einer recycelten Quali eher in den unteren kommen und andere Leute, die eine exklusive Quali eingereicht haben, werden euch vorgezogen. Apropos Töpfe. Es wird diesmal wieder 4 Töpfe geben, die nach Niveau geordnet sind und die Paarungen werden manuell von mir unter Auga gemacht. Ich habe darüber auf den Discord abstimmen lassen. Das Ergebnis kann man ansehen, ist recht eindeutig, deshalb mache ich das einfach so. Daher wird es keinen festen Turnierbaum geben. Ich finde sowieso einen Turnierbaum ziemlich lame, sowohl von der Spannung her, als auch davon, dass manche Rapper einfach vorschreiben können, während andere noch in einem sehr knappen Battle zittern müssen und nicht wissen, wer genau weiterkommt. Okay, bevor wir jetzt zu den allgemeinen Bedingungen für eine Quali kommen, würde ich gerne einmal die CLT-Kooperation einschieben. Und zwar habe ich mit Kiotic eine Abmachung gemacht, welche besagt, dass abgelehnte CLT-Quali-Scan bei mir als exklusiv eingereicht werden können. Das heißt, sie bekommen keine Abzüge und werden dementsprechend auch nicht bei einer Topfung benachteiligt, sondern wie eine ganz normale LRT-Quali, die exklusiv gemacht wurde, bewertet. Das Ziel dieser Kooperation ist es, möglichst viele Rapper noch weiterbatteln zu lassen und niemanden seine Quali quasi verschwenden zu lassen, wenn die halt nicht angenommen wird. Schaut auf jeden Fall beim CLT vorbei, falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt. Kiotic macht einen sehr guten Job und führt das Turnier extrem professionell. Dann kommen wir jetzt zu den allgemeinen Bedingungen für eine Qualifikation, die sich jetzt im Vergleich zu Staffel 1 nicht großartig verändert haben. Also, was Standard ist, jeder bringt mindestens 16 Bars, es sei denn, ihr seid im Team von 2-4 Leuten. Dann ist es okay, wenn jeder mindestens 8 Bars hat, weil ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel ein Vierer-Team hat und jeder 16 Bars machen würde, dann hätte man in der fucking Qualifikation einfach schon 4 Parts, was viel zu viel ist. Einreichen könnt ihr, wie immer, unter lion.drapper.gmail.com oder private bei Discord, den Namen werde ich hier einblenden. Ihr könnt aber auch einfach auf dem Discord-Server joinen und halt mich da finden. Das ist nicht ganz so schwierig. Die Runde schickt ihr mir bitte als RA- oder als ZIP-Datei auf Free Transfer oder ähnlichen Programmen und reicht einmal eure Videodatei ein, also eure Runde als MP4 oder andere Videodatei ist auch in Ordnung, euren Beat als MP3, euren Beat-Link, euren Text und gegebenenfalls eine Beschreibung, wo Werbung, irgendwelche Nennungen, also wenn ihr quasi irgendwen, der euch gemischt hat, der euch gecutt hat oder sowas nennen wollt, könnt ihr da nennen und ein Wunsch-Frame für Sunnail. Wenn ihr mir keinen schickt, mache ich das selber. Ich denke mal, ich bin da ganz gut drin. Könnt ihr ja sehen, die meisten aus letzter Staffel wurden von mir gemacht. So, dann erzähle ich euch jetzt mal, wie der Ablauf in der Qualifikationsphase ungefähr aussehen wird. Der ist nämlich im Vergleich zur Staffel 1 ziemlich anders. Genau, was ich vorhabe, ist alle Qualifikationen zu sammeln und am Ende der Frist auf eine gerade Teilnehmeranzahl zu kürzen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel 70 Leute einreichen, kürze ich die auf 64 und lade dann die 64 Besten quasi hoch. Das heißt, nach der Qualifrist beginnt die Uploadphase, in der ich über 1-2 Wochen verteilt die Qualis hochlade. Ich habe geplant, die Teilnehmer in einem extra Video vorzustellen, da ich dieses Konzept selber ziemlich nice finde. Ich werde außerdem einen festen Uploadplan erstellen, den ich dann auf den Discord aufschreibe. In der ersten Battlephase werde ich dann die Qualis bewerten, ob im Stream, ob als extra Video oder halt als Text. Muss ich mal gucken, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe. Und in der Pause zwischen Infovideo und Ende der Qualifrist habe ich mir überlegt, ein paar Streams zu der ersten Staffel zu machen. Ob und wie ich das mache, überlege ich mir noch, aber ich versuche irgendwie, das Ganze zu füllen, damit sich diese 4-5 Wochen jetzt nicht zu sehr erstrecken. Alles klar, da kommen wir jetzt erstmal ein bisschen zum Regelwerk und fangen mit dem Punktesystem an, was sich quasi gar nicht verändert hat im Vergleich zur Staffel 1. Wir haben wieder einen Videopunkt, drei Audiopunkte, fünf Punchpunkte, das sind Text und Delivery zusammen und einen extra Punkt. Was insgesamt 10 Punkte ergibt. Die Technik lässt sich dieses Mal ein bisschen freier bewerten, also muss sie nicht zwingend an den Text gebunden sein und kann auch, wenn sich mit Hilfe von gut gesetzten Reimen coole Flow Patterns oder ähnliches ergeben, kann man das auch gerne bei der Audio anmerken. Nun zu den Minuspunkten, die sich auch fast gar nicht geändert haben. Also es wird ab der Battlephase Minuspunkte für zu spätes bzw. unvollständiges Einrechnen geben. Wie letztlich dafür auch, gibt es für fehlende Texte, Beats oder sonstiges bis zum Uploaddatum einen Minuspunkt. Das heißt, wer es nicht hinbekommt, mir bis zum Upload des Battles diese Sachen zu schicken oder nachzuschicken, bekommt einen Minuspunkt. Und für zu spätes Einreichen gibt es pro Tag minus einen Punkt je Juror. Das heißt, wenn dein Battle von drei Juroren bewertet wird, verlierst du drei Punkte nach einem Tag. Also 10% der Gesamtpunkte, eine Zahl, was halt sehr schmerzhaft sein kann. Und das kann sich, wie man in Staffel 1 auch gesehen hat, sehr aufstocken. Da gab es so einige, die mit einem negativen Ergebnis verloren haben. Also nimmt die Fristen ernst. Fristverlängerungen müssen bei mir beantragt werden und mit dem Gegner anschließend vereinbart werden. Das ist genauso wie in Staffel 1 und da werde ich auch keine Ausnahmen machen. Nur wenn der Gegner es möchte, wird die Frist auch verlängert. Was ebenfalls klar ist, ist, wenn es Verlängerungen gibt, dann bekommen die auch beide Seiten. Also wenn du mal Zeit bekommst, bekommt sie deinen Gegner auch. Das ist nur fair. Und eine Änderung, die ich jetzt auch spontan gemacht habe, weil mir das ziemlich auf den Sack ging letztes Mal. Verlängerungen dürfen bis einen Tag vor der Frist bei mir beantragt werden. Also wer meint mir am Tag der Frist, abends Bescheid zu sagen, jo, kann ich noch eine Verlängerung haben, der hat Pech, weil ganz ehrlich, sagt mir früher Bescheid oder lebt halt mit den Konsequenzen. Ich habe keinen Bock, das noch so kurz vor Ende umzustrukturieren. Nun zum Preisgeld. Das sind insgesamt 100 Euro Preisgeld vorerst erstmal vorgesehen. Eventuell ändert sich daran noch was, aber es werden mindestens 100 Euro sein. Wird es bei 100 Euro bleiben, dann wird das Preisgeld wie folgt aufgeteilt. Der erste Platz bekommt 70 Euro, der zweite Platz bekommt 30 Euro und der dritte Platz bekommt gegebenenfalls eine Wildcard, je nachdem, was ich nach der zweiten Staffel so vorhabe. Ob es ein Battle in Platz 3 gibt, wird dann spontan entschieden werden. Nun zur Jury. Ähnlich wie letzte Staffel suche ich wieder begeisterte Leute für eine lockere Jury. Um zu sehen, dass ihr das Zeug dazu habt, hätte ich gerne eine Bewerbung von euch. Das kann eine alte Bewertung zu irgendeinem Battle sein oder ihr fertigt extra eine an, indem ihr ein expedibiges Battle nach dem LAT-Punkt-System bewertet. Das Ganze schlägt ihr mir dann so, wie es die Teilnehmer auch mit ihren Qualis machen. So, fürs Erste müsste es das gewesen sein. Falls es noch irgendwelche Fragen gibt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ich versuche alles zu beantworten und falls ich irgendwas vergessen haben sollte, weise mich darauf hin, ich versuche mögliche Lücken zu füllen und Fragen zu klären. Ich blende euch hier nochmal die Frist ein, bis dahin müsst ihr einreichen und wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag und viel Spaß bei eurer Quali.